Kinder und Karriere, keine kleine Herausforderung, das spürt Julia Jacobs immer wieder. Karl ist ihr 2. Kind, gerade 6 Wochen alt. Und selbst jetzt im Mutterschutz zu Hause lässt ihr Job sie nicht los. Sie ist Kinderärztin mit Doktor- und Professorentitel, wurde erst Mutter, dann Oberärztin. An der Uniklinik Freiburg leitet sie einen eigenen Fachbereich. Bei mir war der Karriere-Schritt danach eigentlich nur möglich, weil ich immer versucht habe, alles auch für die Klinik möglich zu machen, als ich oft auch privat zurückgesteckt habe. Und das wollen auch nicht alle Frauen. Das finde ich auch in Ordnung. Einfach ist es eben nicht zu sagen, man macht beides. Für die 37-Jährige war das keine Frage. Sie liebt ihren Job, kennt aber auch die Knackpunkte, weiß, dass es im Klinikalltag mehr zählt, wie viele Stunden man gesehen wird weniger, was man leistet. Für Mütter schwierig. Kind gleich Karriere aus. Solche Erfahrungen, die Angst, kennt sie deshalb auch. Bei all ihrem Ehrgeiz, gerade als Julia Jacobs mit Karl schwanger war, kam sie als Oberärztin im Schichtdienst oft selbst an ihre Grenzen. Viele Termine, die auch wichtig sind, Vorträge oder Budgetverhandlungen oder sowas, die finden halt abends auch noch mal statt, nach der Regelarbeitszeit. Und da wird erwartet, dass man da ist. Und das muss man dann halt irgendwie mit sich selber vereinbaren. Und oft hat der Tag dann kein Ende. Das ist schon sehr anstrengend. An den Unis überwiegen die Medizinstudentinnen. Rund 60 Prozent sind es heute in Baden-Württemberg. Später im Beruf weniger als die Hälfte. Und in Spitzenpositionen gerade an Unikliniken meist unter 10 Prozent. Als erste Studentin an einer deutschen Uni hat sich die Karlsruherin Johanna Kappes 1899 in Freiburg ins Medizinstudium gekämpft. Die erste Heidelberger Medizinstudentin Rahel Goitain war gleichzeitig erste niedergelassene Ärztin Deutschlands. Wer in der Männerdomäne Medizin Karriere anstrebt, braucht Kante. Mentoring-Programme sollen deshalb Medizinerinnen fit machen für die Chefetage. Familie und Führungsposition ein Balanceakt. Und die Frage, wie viel Karriere lässt sich mit Familie überhaupt vereinbaren. Ich habe auch im letzten Jahr ein Angebot abgeschlagen, weil ich gedacht habe, ich kriege das einfach nicht hin. Dabei wäre das der nächste große Karriereschritt gewesen. Also für mich war schon auch die Frage, kann meine Familie das leisten und bin ich danach dann noch glücklich? Und die Frage musste ich leider beneinen. Aber die Chance, dass ich die nicht wahrnehmen konnte, das hat schon ein bisschen geschmerzt. Ein Lehrstuhl in Teilzeit undenkbar. Julia Jacobs hofft auf eine neue Chance später. In gut zwei Monaten kommt sie zu 80 Prozent zurück in den Job. Dann ist Karl vier Monate alt und ihr Mann nimmt Elternzeit, bis es einen Vollzeit-Kita-Platz gibt. Schon jetzt ist sie hin und wieder im Büro. Die Erwartung, auch mit Baby erreichbar zu sein, irgendwie schwingt die immer mit. Man hat laufende Studien. Man wird doch auch mal wieder was Fachliches gefragt. Also es ist aber nie persönlich jetzt an mich der Druck gekommen, dass ich wiederkommen muss. Es war mehr so, dass ich das Gefühl hatte, viel länger kann ich Pause eigentlich nicht verantworten für den Job, den ich mache. Sie wusste immer genau, was sie will, als Mutter umso mehr. Das ist das Wichtigste an sich Glauben. Daran, dass man es schaffen kann. Und das möchte Julia Jacobs jungen Medizinerinnen gerne mitgeben. Das ist das Wichtigste an. Vielen Dank.